Da hinten ist doch schon das Feld, gell? Ja. Ja nö, also das beste Scope für eine M4 ist ein ARCOG. Das hat ein vierfach Zoom. Ein pristines ARCOG und deine M4 ist perfekt. Und für die MOSI gibt es einen Long Range Scope. PU ist quasi das Billigfernrohr. Wobei ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem noch okay ist. Ja klar, aber Long Range ist halt für Sniper. PU kann es nicht Sniper. Was sollen wir machen? Als erstes mit... Da ist doch unten was. Da ist doch jemand. Ne, ist ein Pfahl. Wenn du das sagst. Also ich würde jetzt mal wieder an die... Sollen wir gleich in die Hangars gehen, damit es uns niemand wegschnappt? Wo zum Teufel bist du denn schon wieder? Ich bin durch die erste Reihe der Tannen durch und gehe jetzt zu der zweiten Reihe, damit ich freie Sicht auf die... das Airfield habe. Wenn sich da nichts dann niemand bewegt. Wäre doch nicht schlecht, wenn wir zusammenbleiben. Nein. Wo bist du denn hin? Ja, ich bin noch in den Häuser. Wieso, wir haben doch gesagt, wir gehen durch das rote Haus, da sind wir fertig und dann bin ich losgelaufen. Ja... Und dann habe ich gedacht, ich hätte dich ja auch gesehen seitlich. Gut, das war doch ein Denkfehler meinerseits, aber... Du bist doch mit mir an dieser Kolchose vorbeigelaufen. Ja, und dann habe ich dich auf einmal aus den Augen verloren. Ja, und wo bist du denn jetzt? Ich renne jetzt zu dem Feldweg, wo diese Tannen sind. Die zum Airfield runterführen. Ach so, okay. Also ich gucke mir grad das Airfield mir in aller Gemütsruhe an. Ja, mach mal. Und sehe... ...keine Bewegung. Aber ich sehe nicht mal dich. Ich bin jetzt an den Tannen. Ich habe einen weißen Helmung. Tatsächlich, ich sehe nichts von dir. Wisst du das? Ne, das ist ein Gebüsch, das wackelt. Also wenn ich nicht mal meine Kumpze... Ich rob jetzt überm Boden. Wo bist du denn genau? In welcher Richtung? Ich... Da ist ja so ein kleines... ...verfallenes Mäuerchen, wenn man zu... Also ich bin direkt an der Ecke von Feldweg, wo die große Tanne steht. Warte mal, wieso bist du jetzt gemutet? Mh... Er ist jetzt gleich auf der Höhe des Gefängnis neben den... ...Hangars. Ist jetzt in der Tannenschonung verschwunden davon. Ah, der kommt zu mir runter, oder was? Der ist von seitlich gekommen. Und es bin nicht ich. Geht er ins Gefängnis, oder kommt er mir entgegen? Er ist jetzt in dem Gebiet der Tannen stehen geblieben. Scheiße, da bin ich auch. Fuck. Mach nichts. Halt dich bedeckt und die Augen offen. Ich komm von dem Feldweg. Ich bin jetzt... Okay. Mach nichts. Ich rob weiter vor. Nein. Bleib, wo du bist. Ich sehe jetzt ein bisschen besser, aber nicht gut. Also ich hab keinen mehr weiterlaufen sehen. Der war recht schnell unterwegs. Scheiße. Deswegen, der hätte eigentlich auftauchen müssen. Ich komm jetzt von dem Feldweg in die Tannen und komm von unten Richtung Erfeld. Ich lieg hier auf dem Boden. Ich werde den Typen jetzt aufscheuchen. Mehr oder weniger. Ich bin auf der... Von dem Zaun auf der Seite des Airfields. Ich höre dich neben mir laufen. Ich seh dich. Dann ganz rückbleiben. Ganz rückbleiben. Ich seh dich nicht. Aber hier ist er entlang gelaufen. Wo ist der hin? Bleib weiter liegen. Gar nichts machen. Wenn's mich erwischt, kannst du die Sache regeln. Hier muss er in den Tannen irgendwo sein. Ansonsten ist er jetzt rauf. Oder bist du vorhin gerannt? Nein. Okay. Du lagst nämlich auch schon länger dort. Dann muss der an dir vorbeigelaufen sein, aber dann hättest du ihn doch sehen müssen. Nee, 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 nee. Ja, ich hab gerade rausgetappt, weil ich dich nicht mehr gehört hab. Dann bist du an dem Moment an dir vorbeigelaufen. Ach, das gibt's doch nicht, dass immer, wenn ich irgendwie im Menü bin, dass irgendwas passiert. Das kann doch nicht sein. Dann mach jetzt bitte nichts im Menü. Doch, die Tür ist gerade aufgemacht worden. Der Typ ist wahrscheinlich drin. Okay, dann bleib davor stehen. Ich robb immer noch über den Boden. Ja, Türschritte. Schösses. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, hier unten sind Hier ist ein Zombie Der steckt im Boden Ich muss es jetzt probieren Einmal im Leben muss ich die scheiß Waffe abgefeuert haben Jetzt weiß jeder, dass ich da bin Ich weiß, aber das muss jetzt wohl mein Ego sein Ich geh mal hinten ums Haus rum Was sind Jungle Boots, sind die okay? Äh, jaja, wenn sie pristine sind immer Dann nehm ich die doch mal Äh, und du bist dir sicher, dass da keiner mehr drin ist? Pass auf Ich, das werde ich jetzt gleich rausfinden Hinterm Haus ist leer Neben dem Haus Liegt ne vergammelte Orange, okay Ich glaub, der ist hier rein und hat sich ausgelockt Ah, das kann natürlich sein Ich komm rein, ich komm rein Winter Hunter Pants Ja Hier ist ein Revolver oben im Ding drin Ich bin an der Tür Ich bewache den Eingang Magnum Worn Ja, okay Der Worn hackt's Aber hier scheint ein Rucksack Hunting Bag zu sein Ja Ich überleg grad, ob ich das nehm Das sieht geil aus Ja, aber der ist kleiner Ja, okay, lassen wir's Geht nicht Du hast so einen blauen Mountain Bag Und ein Dosenöffner liegt rum Ja Dosenöffner, hab ich einen? Ja, hab ich einen Oh Unter dem Bett gibt's auch noch Schwere hinzukommen Schuhe Combat Boots Was ist das Ding? Ich bewege mich hier unten Ist in Ordnung Ich seh da jetzt kein Problem mehr kommen Ich bin da ziemlich ruhig Ja, der wird schon Alles cool Der ist weg Der ist weg Wappencleaning Kit Mein Gott Zwei Minuten früher Und wir hätten den gekriegt So hat er jetzt vor uns das Airfield gelootet Ja Auf geht's Kommt Dann müssen wir jetzt mal ein bisschen hin machen Vielleicht ist er noch da Bevor er sich ausgelockt hat Oder Wir haben ihn zum Auslocken getrieben Ich glaub, der kam von der Seite hier Dann wär ja hier noch was da Nee Dann wird er gerade gewesen sein Ah, hier hat's was in der Mitte, was liegt Ah, ein M Hier liegt ein M Irgendwas M4A1 Pristine Wenn's hilft In der Mitte Eine komplette Und hier liegt doch Munition Ja, eine komplette Und Munition liegt auch da Wie viel Muni hast du? 30 Schuss 30 Schuss Ich hab ein Ah, ich schmeiß das leere raus Und nehm das volle rein Das ist doch ein Konzept, oder? Ja Jetzt hab ich dann ein 30er Magazin Ja Echt, hier liegt eine M4 Was hätte denn sonst hier rumliegen sollen? Naja, dass die einfach so Dass die einfach so rumliegt Ist eigentlich eher ungewöhnlich Ungewöhnlich Okay, jetzt würde ich aber noch schnell In den anderen Hangar gucken Bevor noch jemand kommt Ja, jetzt ist er zu schnell Das ist kein Counter-Strike Da kann man nicht raschen Ey Ich weiß nicht, was du mit den Russen hast, aber Ich sehe hier drinnen nicht Na, na, na Vielleicht ist da hinten Ah, ein Magazin Für den Liebhaber unter uns Ein 40er Magazin 40er Round Stink Ah, dann würde ich das jetzt mal austauschen Gegen das 30er Da kannst du das 30er haben Das liegt jetzt in der Mitte hinten am Hangar Ist okay Oder soll ich es mitnehmen? Ne, ne, ich hol es Oh, was lag da? Dosen Ist hier noch was? Äh... Ich lade nach Okay, jetzt habe ich 750 Schuss Das hat was Okay, ich laufe los Ja Zum Tower Der Tower of Power Ja, schon wieder Gegendsonne Das liegt hier an den Himmelsrichtungen Im Tower ist jedenfalls Auf dem Tower ist momentan noch niemand Die Türen sind aber beim Gefängnis auf Jetzt gehen wir trotzdem schnell ins Gefängnis rein Und dann in den Tower Oder ist der Tower wichtiger? Kommt halt drauf an Ist halt jemand in unserem Rücken So ist jemand vor uns Das bist du gerade, oder? Ja, ja Schönes, großes Backpack Diese Weapon Kits Ja Wie die Pest Die sind gerade echt Wie du sagst Wie die Pest Bist du gerade hochgelaufen? Bin gerade hochgelaufen Hier ist ein 40er Magazin Äh Was? Wegging Entschuldigung Ja, noch mehr Weapon Cleaning Kit Aber hier oben ist ein 40er Magazin Hast du was dagegen, wenn ich es selber Nimm es mit Ich kann es eh nicht tragen Also lass mich eine Sekunde umpacken Ich muss hier schnell Platz im Inventory schaffen Dafür Ich schmeiß Brauchst du Epinephrin? Gut, weg damit Und das sinkt da hin Und das andere Epinephrin Weg So, okay Damit kann man bewusstlos im Schweil wieder zurückholen, gell? Und das soll ich mir geben, wenn ich bewusstlos bin? Wie soll ich denn das machen? Nein, aber wenn jeder Epinephrin hat Wäre es nicht schlecht Ja, okay Das gebe ich jetzt zu Winterhunter Pants Die brauchen wir nicht Ja, ist ja gut mit den Winterhunter Pants Ja, ich suche immer noch was Geiles Halt, über uns ist noch Schicke Axt, Barrette und ein Ding Ja, das bringt alles nichts Jetzt habe ich endlich meinen Arsch voller Munition, muss ich sagen Endlich damaged Also Hier muss sich schon jemand umgezogen haben Noch ein Magazin liegt hier Ich muss nur gucken, ob es leer ist oder Oh, ein 30er Magazin Leck mich doch am Socken Und ich schmeiße das Das PU-Scope raus Muss ich schnell umsortieren So So, also jetzt weiß ich nicht mehr weiter Ich habe 140 Schuss für die Waffe Was ist das? Das ist kein P So Kann nochmal 20 in dem leeren Päckchen Touch Schleit raus Da, so Also Munition habe ich jetzt bis zum Erbrechen Für die Waffe Mag liegt auch vor dir rum, gell? Ja, das habe ich gerade abzulehnt Leer? Ja, ja Okay Ähm Ich sehe hier nichts mehr Sinnvolles Raus aus dem Ding, ja Hinterraum Hinterraum war ich gerade eben Achso, okay Unten drin Da habe ich das letzte Magazin gefunden Okay Ich gehe unter die Treppe Mach das Oh, ich werde wahnsinnig Ich finde schon wieder Revolve-Munition Kommt, Leute Das kann echt nicht wahr sein Revolve-Munition Ich schmeiße die normale 9mm Munition raus Und nehme die Revolve-Munition mit Die müsste jetzt gerade auf den Kopf gefallen sein Tunfisch Ja, manchmal fällt es nicht durch Fällt es durch Es bewegt sich nichts Dann fällt Olive Tactical Shirt Klein Mit 4 Das große müsste 8 haben, sagst du, oder? Ja Ne, 6 Hunting Die Weste hat 8 Hunting Peer Was gibt es noch drumrum? Halt RT3NRS Optics Was ist das so ein Teil? Äh, steck's auf deine Dings drauf Welchen Zustand? Pristine Ähm Okay, ich hab's drauf getan Und den Griff runter gemacht Ja Okay Das ist ein Red Dood Ah, schön Ja, ist okay Red Dood ist fein Alles gut Tunfisch brauchst du nicht, oder? Mhm Gut, dann haben wir das Ding so weit mal Erledigt Ich hab dich schon wieder nicht die Treppen runtergehen sehen Scheiße Runtergehen sehen kannst du mich eigentlich auch nicht Ja, mein Freund, wie sieht's jetzt aus? Wollen wir noch in die Stadt, oder? Ja, ja, ja Flüchten erstmal hier weg, 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 weg So Wo stehen die so blöde? Da steht's Hier durch Du bist schon durch, okay Dann nehme ich den hinteren Eingang Da gibt's doch auch nochmal einen Da vorne, hinter dem Gerüsch kommt der Da rennst du gerade auf dem Sniperberg zu Sag mal Bin ich jetzt blöd? Ich bin doch früher immer durch das Ding drückt Die haben jetzt aber nicht ab und zu mal sich verändernde Differenzen hier an den Dörern Jetzt laufe ich bis zum Sniperberg Danke für deinen Kopf, lass dich mal untersuchen Ich kenn nur dieses eine Loch Hier raus Hier ist auch eins Aber ich kenn ein anderes Das war noch in der Mitte zwischen dem, was du hast und das hier Und da muss ich dran vorbeigelaufen sein Ähm Wenn wir direkt zur Stadt wollen Können wir den Weg hier hochlaufen? Ja, renn erstmal hier runter Okay 40er Magazin Das find ich schon recht cool Du bist bei dem Flussteil gewesen, oder? Ja Wo bist du so? Ich bin jetzt kurz bei den Tannen hinter dem Fluss Ah, ich seh dich Ich bin etwas hinter dir Okay Ich bin etwas hinter dir